Ich komme aus Ostdeutschland. Ich habe Physik in Leipzig studiert und habe später an der Uni gearbeitet. Seit 1990 bin ich in der Politik. Die amerikanische Zeitschrift Forbes hat geschrieben, dass ich die wichtigste Frau auf der Welt bin. Naja, ob das stimmt? Und? Ich arbeite seit 2005 in Berlin in einem Haus, das ein bisschen wie eine Waschmaschine aussieht. Ich weiß aber nicht, wie lange ich in diesem Haus arbeiten darf. Vielleicht bis 2021? Wer weiß? Wissen Sie, wer ich bin? Mich hat 1944 der Schweizer Hans Hilfiger konstruiert. Man findet mich vor allem auf den Bahnhöfen. Menschen, die mit dem Zug reisen wollen, sehen mich immer an, wenn sie wissen wollen, ob sie pünktlich sind oder Verspätung haben. Ich hänge auf jedem Gleis. Ich bin rund und habe drei Zeiger. Zwei schwarze Zeiger für die Stunden und Minuten und einen roten Zeiger für die Sekunden. Na, was bin ich? Ich komme aus Köln und bin schon 80 Jahre alt. Ich reise gern und viel. Ich bin auf Flughäfen in der ganzen Welt zu Hause, aber bei meinen Reisen sehe ich leider nicht viel. Oft wirft man mich. Deshalb bin ich aus Metall. Dann gehe ich nicht so schnell kaputt. Man produziert mich in Deutschland, Tschechien, Kanada und Brasilien. Wissen Sie, was ich bin? Ich bin am 24. Juni 1992 geboren, komme aus Wien und bin 1,80 Meter groß. Meine Familie macht viel Musik. Mein Vater war in Österreich ein bekannter Sänger, Rapper. Und meine Schwester singt in einer Girlgroup. Ich mache aber lieber Sport als Musik. Der Sport, den ich mache, ist sehr beliebt. Ich spiele in einem bayerischen Verein in München. Wissen Sie, wer ich bin? Ich habe vor fast 200 Jahren gelebt und ich war Schweizerin. Ich hatte Freunde in Deutschland und war deshalb oft in Bremen. Dort habe ich zum ersten Mal Geschichten geschrieben. Am bekanntesten ist ein Kinderbuch von mir. Eine Geschichte über ein kleines Mädchen, das ihren Großvater in den Bergen besucht. Das Buch ist weltweit bekannt. Es gibt auch Animationsfilme über das Mädchen, das Heidi heißt. Wer bin ich? Mich gibt es schon seit über 160 Jahren. Ich komme aus Hamburg, aber ich habe auch eine Familie in New York. Wir alle zusammen sind eine große Familie. Ich habe viele Brüder und Schwestern. Ich bin sehr teuer, oft teurer als ein Auto. Ich stehe in vielen großen Konzerthallen auf der Welt. Man kann mit mir alleine Musik machen oder auch zu zweit. Zum Spielen braucht man beide Hände. Na, was bin ich? Ich bin in der Stadt Ulm in Deutschland geboren und bin in den USA im Jahr 1958 gestorben. Ich habe in Zürich studiert. Mein Lieblingshobby war Geigespielen. Ich habe sehr oft Geige gespielt, am liebsten Mozart und Bach. Ich war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. 1922 habe ich den Nobelpreis für Physik bekommen. Na, wer bin ich? Wir kommen aus Österreich und unsere Firma gibt es schon seit 1895. Man hat für uns ein Museum gebaut, in Wattens. Das ist in Österreich in der Nähe von Innsbruck. Besonders schön ist der Eingang in das Museum. Er sieht wie eine große grüne Figur aus, mit einem offenen Mund. Und was kann man in dem Museum sehen? Na, uns selbstverständlich. Und viele von unseren Schwestern und Brüdern. Sie haben oft eine andere Form, sind eine Kette, ein Ring oder auch ein Tier. Aber wir sind alle aus Glas. Wissen Sie, was wir sind? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute mit Leonard Wilsberg, dem Geschäftsführer bei idealpartner.de, einer Single-Kontakt-Börse im Internet. Herr Wilsberg, Ihre Firma hat eine Studie gemacht und hat gefragt, was Frauen und Männer bei einem Partner am wichtigsten finden. Wie ist das Ergebnis? Nun, es fällt auf, dass Frauen und Männer sehr ähnliche Wünsche haben. Beide wollen, dass die Partnerin oder der Partner ehrlich und treu ist und Humor hat. Und beide, also Frauen und Männer, warten nicht gern. Die Partnerin oder der Partner soll zuverlässig und pünktlich sein. Also, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Frauen und Männern? Hm, nicht viele. Frauen sagen öfter, dass sie sich einen Mann wünschen, der Kinder gern hat. Männer nennen häufiger das gute Aussehen. Aber auch bei ihnen steht es erst auf Platz 10. Oh, das ist ja nicht wirklich neu. Das ist richtig. Aber wir haben auch nach dem Verhalten gefragt, also was man in der Beziehung erleben möchte, was der andere tun soll. Und da wird es interessanter. Ach ja? Ja, Frauen sagen viel öfter, dass sie mit ihrem Partner über alles sprechen wollen. Sie möchten, dass sich der Partner für ihre Gefühle interessiert und dass er ihren Geburtstag nicht vergisst. Und dass er mehr von sich erzählt, von seiner Arbeit, aber auch von seinen Problemen und Gefühlen. Ja, das kenne ich. Und was sagen die Männer? Sie sagen viel häufiger, dass sie sich lieber mit einer Frau verabreden, wenn sie Spaß versteht. Sie soll fröhlich und lustig sein. Wenn er krank ist oder viel Stress hat, soll sie sich um ihn kümmern. Er möchte sich bei ihr erholen. Na, das sind ja doch wieder die alten typischen Vorstellungen von Frauen und Männern. Ist das alles nicht zu einfach? Natürlich sind nicht alle Männer und Frauen so. Aber die Antworten zeigen klare Unterschiede. Es ist wichtig, dass man nicht den perfekten Partner sucht und den anderen oder die andere liebt, wie er oder sie ist. Das ist sicher richtig, aber leider nicht immer ganz einfach. Und jetzt hören wir ein Lied von... Guten Tag, Herr Bode. Ist Julia schon zu Hause? Hallo, Carla. Ja, sie ist oben. Geh einfach hoch. Hey, Julia. Wie geht's? Was machst du? Oh, Carla. Gut, dass du kommst. Ich bin so glücklich. Ah ja? Und warum? Gestern hattest du noch superschlechte Laune. Heute habe ich mit Patrick gesprochen. Du weißt schon, er wohnt im Haus gegenüber von der Bäckerei. Du, das war... Er hat mich so lieb angesehen. Ich glaube, ich bin verliebt. Und ich würde mich so gern mit ihm verabreden. Mit wem? Mit welchem Patrick? Kenne ich ihn? Ja, er war doch auf dem Straßenfest im Mai. Hey, weißt du noch? Das Straßenfest in der Bergmannstraße. Ach ja, jetzt erinnere ich mich daran. Das Fest war toll. Und stimmt, Patrick sieht toll aus. Groß, schöne blaue Augen. Eine tolle Figur hat er auch. Er ist schlank. Ja. Sag mal, du hast einmal davon erzählt, dass er in der Schule in eurem Theaterkurs war. Wie ist er denn so? Stimmt. Also da war er nett und super lustig. Aber wenn wir uns konzentrieren mussten, dann konnte er auch ernst sein. Und man konnte mit ihm über alles sprechen. Worüber hast du denn mit ihm gesprochen? Ach, über die Lehrer, über seinen Sport und sowas. Über seinen Sport? Was macht er denn? Er fährt Mountainbike. Er ist in einem Fahrradverein und macht fast jeden Samstag eine Tour. Warte mal. Das ist vielleicht eine gute Idee. Was? Wie? Woran denkst du? Na, an eine Möglichkeit, wie du ihn besser kennenlernen kannst. Und daran, dass du doch auch ein Mountainbike hast. Wolltest du dich nicht mehr bewegen? Pass auf. Am nächsten Samstag setzt du dich ans Fenster und wartest auf Patrick. Wenn du ihn siehst, holst du dein Fahrrad, gehst damit raus und triffst ihn ganz zufällig. Hm. Keine schlechte Idee. Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Bestimmt. Dann kannst du ihn besser kennenlernen. Vielleicht ist er auch nicht so toll. Was meinst du? Na, du weißt schon. Das Aussehen ist eine Sache, aber wichtiger sind andere Dinge. Ist er ehrlich, nett, höflich, kurz, will man mit ihm wirklich zusammen sein? Stimmt. Aber er ist so süß und nett ist er auch. Ich muss immer an ihn denken.